Fick dich, Mann! Fick dich einfach! Scheiße! Hallo, das ist komm! Hier ist der Alpipson und wir befinden uns in Call of Duty Backups 3. Wir sind auf der Map, kommen rein und spielen heute mal die Man of War, bereits auf Gold gespielt inzwischen. So, und ich hab heute mal sehr hohe Killstreaks für mich dabei. Meine zweite Runde heute, da wallrunnt jemand, den hab ich. Okay, hier ist einer. Nice! Okay, die Man of War, die hab ich total aus den Augen verloren. Die ist total stark, das Teil. Headglitch, den hab ich auch. Na, sieht man mal. Wenn man Aim hat, dann geht die Waffe... Scheiße! Oh, verpiss dich, teammate! Dann geht die Waffe echt verdammt gut klar. Und das war jetzt War X3. Komm, hebe ich einfach mal auf, die Scheiße. Hab ich noch nie mitgespielt, da soll man ein besseres Aim mit haben. Oh, nee! Okay, also hat immer noch ziemlich viel Rückstoß. Naja, bis jetzt geht die Lobby ganz gut klar, muss ich sagen. Okay, da oben ist ein Shotgunner, hab ich gehört. Der macht... Der wird mir Angst machen. Da bekomm ich zittriges Aim bei. Okay, da oben. Nate! Semtex! Nichts. Okay. Schade. Drohne. Oh, Drohne, Alter. Meine Teammates. Der snipet. Nein! Was hab ich euch gesagt? Der Shotgunner auf 7 zu 0. Belastend. Also so... So einmal Streaks klatschen, wär schon nicht schlecht. Aber ich bin auch vollkommen zufrieden, wenn ich einfach nur über 30 Kills mache hier. Das war meiner. Macht aber nichts. Oh, Shotgun, Alter. Warum spielt man so einen Rotz? Da war jemand am Wallrun. Okay, Kampffokus-Sets. Den lasse ich mir nicht geben. Äh, nicht klauen. Oder nicht nehmen! Scheiße. Aber dann den hier. Okay, vielleicht noch einen? Noch zwei! Wow! Semtex dahin. Jetzt wieder hier schön in den Headlash. Oh, ich hab ne... Dings gehört. Ich weiß nicht, wo die sind. Da. Okay. Ich muss erstmal nach hinten wieder. Okay, da oben ist wieder ein Shotgunner. Oh, die spawnen hier. Oder? Nein! Klau noch nicht den Kill, Mann. 250 vor Geist? Das müsste drin sein. Wenn ich jetzt nicht zu hart reingehe. Scheiße, Team-Mate hat den. Nicht gut. Ey, Mann! Komm, das zerstör ich. Das gibt 50 Punkte. Das heißt, noch zwei vor. Ein vor. Oh mein Gott, hat er mich weak geschossen. Ist hier rechts einer? Oh Gott. Ja, ist. Nice. Den hab ich. Noch einen. Jawohl! Streaks raus. Nein, nicht in den Chat. Fuck. Und einmal kurz das hier. Jetzt weiß ich nicht, ob der da hinten snipet. Aber nein, der pusht. Das ist gut. Aber da hinten steht noch einer, der snipet vielleicht. Das ist er. Das ist er. Das ist er. Oh. Oh. Oh, die Nate. Die kann mich nichts. Nein. Er holt mich 80 verrappt. Fuck it. Komm, dann klatsche ich den jetzt nochmal in das Typ rein. Ey. Der holt mich doch jetzt nicht zweimal hintereinander, Mann. Was ist denn da los? Ich hab einen Hater online. Fick dich, Mann. Fick dich einfach. Scheiße. Er holt mich viermal jetzt insgesamt. Ne, dreimal. Einmal der Shotgunner. Da. Da ist er. Guckt euch das an, wie er da am Campen ist. Oh, dann lauf mal rein. Ey, Mann. Da ist der Shotgunner. So. Na, Kampffokus zu spät angesetzt. Egal. Nice. Hinter mir. Komm noch, Enkel. Oh, Kampffokus nicht mehr ausnutzen können. Naja, cool. Das ging klar. Das ging klar. Ich muss mich gerade konzentrieren. Weil ich hier noch gerne einmal meine Züge klar machen würde. Aber ich... Schaffe ich es? Oh, mein Gott. Ich habe schon die Hände voll in der Tastatur genommen. Weil ich einfach nicht an mich geglaubt hatte. Ich habe es aber geschafft. Ich bin tot. Ich lebe. Der spawns hier nochmal. Was habe ich hier gerade überlebt? Was überlebe ich hier gerade? Oh, mein Gott. Ich bin gerade selber schockiert von mir. Was ich hier gerade mache. Hohoho. Jawohl. Oh, hier ist einer. Ja. Und denn... Ich packe es nicht mehr. Nur die zwei Spieler können mich holen. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich nicht einmal Raps in dieser scheiß Runde schaffe. Guckt euch mal bitte die Gegner an. Da, weg mit dir. Weg mit dir. Guck mal, wie aggressiv ich gerade spiele und direkt die wegklatsche. Oh, Alter. Die sind so schlecht, die Gegner. Und die Männ-Uhr einfach so stark. So. Alles raus. Nice. Nochmal kurz vor Geist. Guckt euch das an. Nur die Shotguner. Echt. Shotgun und Luck. Was sollen die sonst tun? Okay. Das war der erste verdiente Tod. Weil ich einfach zu viel am Quatschen bin. Aber das ist halt so. Na, oben ist einer. Mal gucken, ob ich den holen kann. Nee, Quatsch. So nicht. Na, der spawnt aber auch nicht. Ey! Warum kann... Es sind sechs Gegner, Mann. Warum kann ich ja nicht mal von anderen sterben? Außer von derselben drei. Naja. 36-7 geht auf jeden Fall ganz gut klar für die zweite Runde. Da würde ich sagen, wir werden kommentieren vergessen. Bis zum nächsten Video. Euer Elpipson. Und tschüss. Tschüss. Untertitelung.